ja hallo da bin ich schon wieder ganz kurz wir wollten ja mal und so eine wohnung mustermäßig einfach mal anschauen wir haben jetzt hier eine wohnung die teilsaniert wurde wie gesagt wir haben von fast gar keine sanierung bis zur kernsanierung eigentlich alles mit dem hier gemacht dieser altbau hier das sieht man auch an den an den türen das fand ich auch gut die haben wir nicht ausgetauscht sondern da haben wir wirklich einfach mal wieder aufbereitet hat ja auch was und dann haben wir hier also ein gäste wc oder ein badezimmer mit fenster unterschiedliche immobilien wenn da jetzt hier weitergehen dann haben wir hier das bad auch hier finde ich gut die duschtassen wurden raus gemacht das wurde also dann auch schon mal ein bisschen moderner hingesetzt mit bodenerdig und wie gesagt wenn der eine oder andere sagt oder sind ja gar keine deutschen wasserhähne und keine schieferplatten an der wand wir sind hier im bezahlbaren wohnraum nicht im high end bereich und deswegen sage ich mal ich sag schon hier eine richtig gute angelegenheit küchen sind grundsätzlich auch immer dabei da haben wir uns für weiß matt entschieden weil lack haben wir die erfahrung gemacht ist dann doch ein bisschen schneller abgewetzt und sind auch schäbiger aus hinterher und die küchen sollten ja mal wenigstens mal fünf jahre halten wenn ich mal und ja immer mal weiter schauen wir uns mal hier an da haben wir jetzt das wohnzimmer wohneszimmer bereich kann man auch sagen und der mieter zieht heute nachmittag hier ein deswegen sind auch keine pflanzen dann auch keine bilder aber wir haben jetzt eigentlich alles notwendig er kann seinen fernseher mitbringen video recorder gibt ja nicht mehr aber so und bis zur lampen bis zum gardinen alles alles hergerichtet die gardinen auch auf dem boden immer abgestimmt das sind ja auch ganz gut so vom farblichen ton her und zum schluss gehen wir noch ins schlafzimmer aber mit habe ich die auch schon gezeigt mit den tastern und so da waren ja noch dreh schalter hier vorher drin in der wohnung so und dann haben wir hier noch ja hier zieht wohl ein single ein ja das war's